Christian, kannst du unseren Zuschauern sagen, wo wir sind und was wir machen heute? Ich tue mir gerade ein bisschen schwer. Du bist ein bisschen verkühlt und alles. Ich bin total krank, mir brennt die Lungen, alles. Es ist eigentlich ein paar besondere Tage und euch ist es eh was Schönes, weil wir gehen heute wieder Testfahren seit langem und schauen, ob unser Z4 das heute aushält. Aber zuerst, jetzt habe ich noch kurz den Käfig da festgeschraubt und den Sitz, den letzten Schrauben. Das machen wir dann und dann können wir fahren. Das Ganze nur mit einem Stumpen handeln. Wunderbar. Das ist ein *** Sitz, ganz einfach. Das ist wirklich ein *** Sitz, Alter. Alter, ihr filmt schon wieder. Du echte Kamera. Und endlich bist du mit dem Auszug. Mal beziehen wir hin. Ich fahre. Ich habe Trơn. Wir sind da. Wir sind angekommen. Wir sind angekommen, wir rollen gerade zum Ausladepunkt sozusagen, dann laden wir ab und dann gehen wir es an mit dem Testfahren. Was haben wir für ein Problem? War alles zu, oder? Nein, passt eh alles. Muss einmal das Auto gewinnen, das geht schon wie die Sau. Super wert. Fahrst du eine gescheite Runde, oder was? Ich weiß nicht, du wirst auf. Ohja, er muss das einmal machen. Aber heute ein bisschen länger, nicht so als letztes Mal. Ja genau, du nicht gleich wieder so pumpst, du fährst normal. Wir probieren es heute ohne Klautsch zu kriegen. Er macht es heute auch mal. Es ist halt extrem schwer, aber wenn du den Höhermann zu machst, lass es ihnen ein bisschen auftreten. Dann zum Schluss zum Schluss. ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017